Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Regrowth. Ach, weil wir gerade so schön dabei waren, dachte ich mir, ich mache direkt weiter. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Sortieren. So, will ich denn eigentlich... Ah, genau. Was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, bis jetzt immer vergessen habe, ist Better Barrels. Nämlich zur folgenden Position zu bringen. Zwei Sticker? Wart mal. Ich könnte auch ganz kurz... Weil hier habe ich auch was davon mit drin. Äh, tipp. So. Tipp. So. Dann gibt es auch hier jeweils ein... Hä? Was ist denn los? Ach, Storage Upgrade. Ups, hat mich ver... Oh, das sind die Sticker. Ups. So und so. Dann machen wir die noch dicht jeweils. Das wäre ich dann hier. Das sind die Dollys. Eins, zwei. Und jetzt der Big Trick. Eins, zwei. Und packt ihr jetzt mal dahin. Dolly 1, Dolly 2. Äh, das heißt bloß nicht mehr, welche welche ist. Welche bist du? Ich gehe noch andersrum. Kommst du da hin und du da hin. Dann bin ich wieder 30 Kilo leichter. So. Sehr gut. Habe ich das auch endlich mal gemacht? Stört mich persönlich ja schon. Das ist doch kein... Das ist doch nie in den Kommentaren stand. Wundert mich schon fast. Ich habe überall diese Dinger, bloß da nicht. Mal schauen, was machen die jetzt weiter. Gut, dann. Warte mal. Wie weit schaut's da hinten? Oh, da ist sogar fertig. Mein XP-Büschchen hier. Oh, schon mal. Cinebone & Amber ist auch fast durch. Einmal. Sehr gut. Ich interessiert aber gerade mehr das hier. Experienze. So. Bin ich gerade noch nicht verbraten. Ich raue mal kurz die Dolly's wieder auf. Die Dolly's. Dann habe ich hier noch so ein Mostern. Ich brauche ich kurz runter. Ich brauche mal kurz, ganz kurz meine Metallenträume. Tut mir leid. Das könnte ich natürlich auch offscreen machen. Das ist auch so ein Utility-Pack. Was ich halt gerade mal schnell brauche. Ei. Ah ne, du bist dann noch am Machen. So. Ach stimmt, ich wollte den. Ihr könnt eigentlich auch mal da mit rein. Ich wollte hier eigentlich ja den Ding boosten. Den Great Wood Tree. Dazu. Dann brauche ich mal kurz. Sand Bone Meal. Gut. Bleibt ein bisschen übertrieben. Warte mal. Ich kann. Oder geht. Oh scheiße. Oder brauche ich ein 2x2 Great Wood. Gibt es überhaupt einfache Great Wood Dinge? Da muss das ein 2x2 sein. Oh Gott. Das muss ich jetzt. Das muss ich überlegen. Moment mal. Wenn ich so ein Great Wood Baum eigentlich im Soom-Spiel sehe, sind das immer 2x2 Bäume. Oh. Nose. Sind das 2x2 Bäume? Naja, oder? Muss ich jetzt ernsthaft? Na gut, probieren wir uns mal mit 2x2. Einen Moment. Haben wir gleich. Mal kurz die Kartoffeln hier rein. Gibt es hier noch Poisonous Kartoffeln. Krieg es hier jetzt 2. Es macht ein jeder Witziges. So. Warte mal. Ich hole es mal kurz ab. Na klar. Ich baue hier auch für 2x2 das große. Ja gut. Macht schon irgendwie Sinn, oder? Ach. De-fix. De-fix. Genau. Ach. De-fix. Ach, wenn wir hier gerade da sind. Zack. Dann werde ich jetzt nochmals so eins brauchen auf jeden Fall. Und das zweite hier, das setze ich jetzt nämlich um. Nämlich hier in diese Gegend. Weil dann bußtet das nämlich das hier nämlich noch. wieder anderes, äh, Dingens. Ich will mal kurz mal Müll hier los. Und dann kann man es... Ach, ich muss eigentlich kurz den hier machen. Sorry. Das Feld ist einfach voll. Wie schaut es überhaupt damit manatechnisch aus? Da wird schön grübe geboostet. Da ist auch immer noch genügend drin. Sehr gut. Dann kann ich irgendwann das Portal wieder anschmeißen. Da habe ich gar nicht so viel Energie brauche. Obwohl, dann einmal habe ich es... Ah, gut, da hatte ich es ziemlich lang offen. Beim ersten Mal, da habe ich, glaube ich, ein Viertel... Ne, ein Achtel vom Pool verbraucht. Viertel? Ein Achtel? Ne, ein Achtel vom Pool. Aber da habe ich es auch wirklich lang offen gehabt, weil ich ein bisschen gefailt hatte. Bleibt ja nun mal nicht so lang offen. Hui, das ist fast voll. Da muss ich echt langsam mal... Aufpassen, dann habe ich noch so ein Ei. So, dann brauche ich jetzt nochmal für nochmal Greatwood Zeppling. Gut, die sind ja leicht zu machen. Brief of the Godess und Lapis. Da muss man schon Lapis mit. Ich brauche das jetzt öfters. Brief of the Godess. 2 einfach mal rein. Ups. Also, das funktioniert ja so nicht. Geht es hoch? Nein, schade. Kannst du mal testen. Gut, dann kann ich das auch schon mal machen. Ähm, warte, 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 warte. Genau, Mutant ist extrem. Das ging wie nochmal. Ach, mal Nether Ward. Mutant ist. Hab ich dann Nether Warden noch? Vier Stück. Mutant ist noch zwei. Warte. Jetzt habe ich drei. Warte, ganz zu viel. Eins, zwei. Kurz fliehen. Eigentlich stört mich das Bäumchen hier. wie ich ehrlich bin. Sehr gut. Oh, Moment. Ich muss kurz warten. Und das kann ich mal kurz die Sherry aufräumen. Ach, sehr schön. Auch im Ding geht das hoch. Wahrscheinlich in der Tasche aber nicht mehr. Du, 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 du. Jetzt hat ihr an oder aus? Stayed on. Stayed on. Hm, na gut. Ähm, eins, zwei. Bisschen auf die Seite gehen. Jetzt pumpt es wieder rein. Plop. Plop. Du, 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 du. Ich könnte auch Golden Pipes hier reinpacken eigentlich. Wird es ein bisschen schneller gehen. Mache ich, glaube ich, kurz. Ja, gleich dann danach. Nachdem das hier... Ups, falsch. Seht ihr da her? Dich, dich. Ja, das mache ich, wenn es hier fertig ist. Wenn es hier ein bisschen schneller geht. Muss ich dann gleich mal durchziehen. Oh, ständig war zu nah dran. Slow. Gut, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Muss ich machen, okay. Slow, slow. Jetzt da. Einmal, zweimal. Gut, ich eile. Ich eile schneller. Habe ich noch Gold? Golden Transport Pipes, acht Stück. Habe ich noch dieses komische grüne Gedöns? Wie nennt sich das dann nochmal? Nein, Rezept zu. Pipe Sealant mache ich auch. Achso, einfach Kaktusgrün. Entschuldigung. Kaktusgrün. Kaktusgrün. Moment. Jetzt noch kurz das ab. Ah, es ist... Kaktusgrün. Äh, Kaktusgrün. Eins, zwei, drei, vier, sechs, acht. Jetzt tauschen wir das mal aus. Ich meine, das ist gerade in den Topf gefallen. Ja, es ist... Nein, es ist nicht. Gut. So. Gut. Warte mal, das müsste jetzt fertig sein eigentlich. Das Rig of Misfortune müsste ich hier eigentlich noch haben. Das Extremes habe ich auch noch. Amber Moss habe ich auch irgendwo rumfliegen. Jo, dann müsste es gleich gehen. Ich rühre noch kurz die Pipes auf. Dann kann ich das einige Döns machen. Dann brauche ich aber nochmal drei, wenn ich gerade hier bin. Drei von euch. Zwei von euch. Kann ich hier gleich schon mal reinschmeißen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ähm. Dann brauche ich dich, brauche ich dich, brauche ich dich, 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 dich. Und euch vier. So, so, so. So, so. Und euch vier. Genau. Warte mal. Jetzt habe ich alle drei. Ach, shit. Rowan, Sepplinge, nochmal drei, Horstson, drei, davon drei. So, jetzt ist richtig. Ich habe mich ganz vergessen. Ich muss es ja noch dreimal machen. Hepp, hepp, hepp. Und das auch ne. Hepp. Äh, achso, Moment. Der hier fehlt mir gerade. Und was mir gleich auch noch fehlt, ist, wenn ich nicht aufpasse, ist nämlich das Mana. Du bist ja machen, ja, du bist ja machen. Dann habe ich noch vom Rest nochmal. Moment, da brauche ich noch eins und noch eins. Und vier. Brauche ich noch mehr Strong Essenzen. Habe ich gerade nur noch drei. Muss ich mal kurz machen. Halt, ich brauche die Steine dazu. Strong Essenzen. Hey, bin ich noch mal. Hey. ich mache so dass das hier dann das hier dann vier davon gibt das hier das muss ich das so machen das geht mit schiften nicht schade gut ich muss kurz kurz ein great wood sapling retten guten mensch das 123 dann davon dann 123 dann 12 gewesen sein dann noch mal wenn ich dabei nicht abquälen werde das soll kein restglück gedrückt halten das ist auch praktisch ich glaube ich brauche ich dann ein stack genau passt gut ich habe es zu viel gemacht aber was soll es das bricht nicht mehr das brauche ich gerade nicht mehr jetzt passt passt alles gut wie weit bist du fast fertig heute müssen gleich fertig sein du bist fertig das ist der zweite jetzt kommt der dritte wo das habe ich ja zu viel aber was soll es die 3 und dich 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 und ihr zwei gut so dann kommt das wieder weg das bräuchte nicht mehr das auch nicht dass wir das sortieren das letzte steinchen bräuchte wohl moment kurz trinken trinken dann gehe ich kurz pennen so ich weiß die folge ist eigentlich schon vorbei aber ich muss es noch kurz durchziehen gut ist jetzt der dritte great wood schauen mal ob das jetzt klappt zweimal zwei mach klappt auch nicht oder geht es generell einfach mit bohnen will nicht muss ich mir mal einlesen hey andy gut der verlässt mich noch mal ein wahrscheinlich schon längst in kommentaren drin du musst das und das machen kann ich jetzt noch nicht lesen ich schaue ich habe auch glaube ich noch nie ein great wood great wood baum gepflanzt na gut für alles das erste mal bis uns das nächste mal bis dahin und tschüss das 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 das